Erlebnisweltmuseen Erlebnisweltmuseen präsentiert in diesem Jahr bereits zum 11. Mal die umfangreiche Ferienaktion VIP Museumspass. Für die offizielle Übergabe hatte sich Mike Leske von Erlebnisweltmuseen die Grundschule Heiligenthal am 5. Juli ausgesucht. Gemeinsam mit der Schulleiterin Annika Rockmann wurden dazu die Kinder so kurz vor den Ferien begrüßt. Selbstverständlich gab es noch einige Informationen zum VIP Museumspass. Er bedeutet, in diesem Jahr freier Eintritt während der Sommerferien für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre in sage und schreibe 54 Museen bedeutet. Dabei spannt sich der Bogen von der Archenebra bis zum Schokoladenmuseum in Halle. Traditionell werden die Pässe zur Zeugnisausgabe an die Schülerinnen und Schüler aller Schulen im Landkreis Mansfeld-Südharz ausgegeben. Darüber hinaus sind sie in allen teilnehmenden Museen und über verschiedene Tourist- und Stadtinformationen erhältlich. Mit dem Pass ist ein Gewinnspiel verbunden, das einen zusätzlichen Anreiz bietet, gleich mehrere Museen zu erkunden. Passanhaber können sich den Museumsbesuch mit einem Stempel quittieren lassen. Besucher, die fünf oder mehr Stempel gesammelt haben, nehmen an einer Preisverlosung teil. Damit steht diesem Freizeitvergnügen in den Sommerferien nichts im Wege und zumindest bei den Grundschülerinnen und Schülern in Heiligenthal war die Begeisterung groß. Applaus Applaus Applaus